Willkommen zum neuen Part von Mario Party, für Bomination ist das Millispiele? Das ist so unfair, das ist so unfair. Was ist das? Ja du musst die hier rüberschlagen. Ich hab einfach so ein riesen Ding, Alter, was ist? Was muss man denn hier machen, ne? Ach, Friday ist heiße. Hä, wieso? WTF, wie bewegt man sich? Das ist ja richtig crazy. Hey, man kann irgendwie richtig... Ja, das ist so lächerlich, ich hab so ein riesen Ding. Das mit dem Laufen ist richtig seltsam. Man kann das irgendwie übel scheiße steuern. Ich bin bereit. Ich hab keine Chance gegen mich, Alter. Uff, weil ich so einen riesen Pläger hab einfach. Hahaha, das ist so easy. Weißt du, du hast halt so ein Restplatte, das ist ein Ding. Das ist so Betrug. Das ist Betrug, Alter. Oh nein, das Spiel ist halt... Ja, jetzt kriegst du auch noch... So juicy, Alter. Juicy, juicy. Ja, natürlich. Ich schla... Ich drück doch auf Schlagen. Hä? Du kannst halt einfach 5 auf einmal rüberhauen, dann können wir da nichts mehr machen. David macht wahrscheinlich wieder gar nichts. WTF, es haben voll viele rübergeschlagen. Was will ich dann tell anyone? What are you doing? Oh! Oh! Hey, nein, er hat gebrochen. Das hat klappt. Ist das so... Ein mehr! Da hat man keine Chance, obwohl man zu dritt ist. Das ist so... Wir können nicht einschlagen. Ja! Das Spiel hast du nicht. Weißt du? Du, du, du machst mir was und du kriegst auch noch was dafür. Der Salt is real. Der Salt is real. Und jetzt holt der Saltie Cooper sich auch noch den nächsten Stern. Ist mir egal. Ich hab dir welche geklaut, ist mir scheißegal. Bist du so stolz. Ist mir egal, ist mir egal was du machst, ich hab dir einen geklaut. Ich find das so gut, wie du so stolz drauf bist, Alter. Ich find das so gut. Äh, erstmal... Jaaaa, du bist so... Ach, du bist so langweilig. So geil, und noch Risiko, Alter. Glückszahlwürfel. Es bringt nichts, weil er noch was drauf legt. Ja. Ja, das heißt, du kannst nicht time-heldes. Du kannst auf dem Unglücksfeld danach landen. Ja. Und? Du bist einfach freund, wenn... Natürlich freu ich mich. Wir sind erst gute Freunde, man merkt's dir. Ja, er ist halt nervig. Muss ich mich verfreuen. Tja, und du kommst nicht bei einem ultra krassen Shop vorbei. Kretisch. Zahlen. Ah, ist ja leider... Echt schade. Geld regiert die Welt. Leider kannst du da nicht am guten Shop vorbei. Kretisch. Kretisch, da kommt der Stern für mich. Weißt du, es ist so... Wer darfst nicht, dass noch einem Stern fehlt. Das ist belastend. Geld regiert die Welt. Ich weiß, dass jetzt irgendwas spawnen, wo du überhaupt nichts daneben bist. Ich weiß, wo es spawnen wird. Und da ist Samuel am nächsten. Aber ne... Meine Hose fällt auseinander, ich hab schon wieder ein Loch, Alter. Ey, ist doch so... Ist doch so lächerlich. Also Samuel macht scheiße und wird dafür auch noch gewohnt. Aber richtig, Alter. Jetzt bin ich fast sogar reicher als du. Samuel, du grad deine Hose fällt auseinander. Das solltest du richtig falsch sein, ey. Ey, Junge, ey, du guck, hier ist auch noch... Ja, nur... Wieso? Nur weil... Nur weil David dumm ist. Am Start. Ah. Nur weil David dumm ist. Oh. Der soll, der David. So juicy. Ja, komm, das Spiel ist doch scheiße. Du wirst die. Klingt das nass auf. Ja, Junge... Ich bin so últim. Du hast gerade verhaftet, man kriegt so viel Zeug. Komm, ich verarscht dir. Vertrau' den nie wieder. Ihr werdet doch sowieso nicht geschafft. Ich wär doch sowieso... Hä? Du habt... Jungen, kack Joycon! Du hättest es doch sowieso vor dir geschafft. Es wär doch egal. Ja, und? Das solltest du trotz'n Regal. So lächerlich. So machs, der Sorge. Hol. Easy. ja gut ist egal die ist sowieso mehr als erster am stern ja jetzt mit dran was ist der ins mindest aufgebrauchten missions erst mal nach ist egal dass er ganz hin da kommt man die kombiniert dran doch jetzt die kauft ja röhrung kommt zum stehen das ist egal was wir machen ich dem zucker würfel aber alles kann und drückt er die falsche taste wird er will einfach nur einfach nur und dann wirft ihn noch mit zwei ich glaube ich den sternen was da ist man einfach nur werfen 8 ich hab schon mal also es wird es mal die bezweifung der mit der prokontrollerspiel kann es halt dumm so darf ich jetzt nicht und hier auch die klar sagen ja geil Klo, Klo Daisy den Soßstern. Kannst du auch sammeln. Ich bin doch sowieso Letzter. Ich bin doch dann sowieso gleich Letzter. Okay, ich klau den Ersten den Stern. Nein, ich bin nicht der Erste, Alter. Daisy ist der... Er hat gedrückt. Er hat gedrückt. Er hat Vampir gedrückt. Du bist so tot. Er hat gedrückt. Er ist alles. Was ist das? Ich spiel mit euch. Ich weiß schon, wieso Maripard die Freundschaften zerstört. Dieser Lakito ist einfach so unfair. Dafür wird so 30 Münzen geben, wenn die wegen dem Spielern scheiß Stern klauen. Robin, ich werde dich vernichten. Ich werde dich vernichten. Wie es geht, einfach vernichten. Ich mach mir viele Freunde. Wir wollen eben Platz 2. David, ich geb dir Münzen, wenn du Robin tötest. Okay, es geht definitiv da lang. Robin, ich wünsch dir ein Pechfeld. Junge, ich hab 7 Münzen. Was soll da passieren? Stern weg und dann Münzen. Stern weg, Alter. Stern weg, am besten direkt vor meine Fresse. Oder du gibst jedem Spieler 10 Münzen. Man hört das nicht gezeigt, ne? Wetten wir, ich würfel eine 1 und dann kommt dieser Kack-Ding. Ach, ich hab Pech. Ja, ich hab sowieso. Nein, ich hab kein Pech. Wieso würfel ich immer eine 8, 9 oder 10? Hä? 12, ist doch ordentlich. So, jetzt hast du einen Salt-Anfall. Ich kann mir halt nix kaufen beim Kackladen, das ist das Problem. Ja, ab geht's Robin, stirb doch einfach. Warte, ich hätte mir ne Münze beim Laden kaufen können. Rein theoretisch. Du bist ein Miststück. Ah, ich geh auf jeden Fall da lang. Dann krieg ich noch einen Verbündeten und zwei Verbündete. Sag ich definitiv nicht nein. Sag sie definitiv so. Ich hab zwei Verbündete. Rosalina, bitte. Oder Bowser-Junior, Bowser-Junior ist auch. Ja, Bowser-Junior. Der passt zu Bowser. Sagst, hast du überhaupt kein Glöp drückst für David, um hier nen Stern zu klauen? Weißt du was, der hat auch nen cool Würfel. Dafür bringe ich euch beide um, Alter. Ich kann nix dafür. Ich werde euch vernichten, sobald ich die Chance hab. Ich werde euch einfach... Wenn wir jetzt in dem Team sind Robin, dann hast du halt schon verloren, Alter. Ich schwör's dir. Wieso denn? Hä, das schadet doch nur dir selber. Machen wir mal, ob man sich gegenseitig töten darf. Das sind 4-Player-Minigame und zwar der Weg zum Reistum. Oh ne, das ist blöd. Ich spoilere uns alles hier. Das ist ein Betrugsspiel. Das ist so Betrug. Du musst einfach nur so rennen, dass man da hinkommt, oder? Hä, wieso läuft der uns nicht? Hä, ich halt zwar krieg. Und wenn ich laufe, hält es einfach ins Nichts. Will you get my money? Ich komm nicht hinterher. Bitte erwischt sie. Ich hab schon minus 6 Münzen gerade gemacht. Bitte, alter, erwischt, alter, bitte. Ich wurde erwischt. Leute, können wir aufm Reit drücken. Also ich hätte jetzt schon minus 9 Münzen gerade gemacht. Ich falle auch noch runter. Ich falle auch noch runter. Minus 12 Münzen und keine bekommen. Okay, ich weiß auf jeden Fall schon, auf welches Spiel ich Bock habe. Ready, alter. Du musst noch drücken. Ja, da bin ich mal gut hier. Ja, ich auch. Ich hätte minus 12 Münzen bekommen. Ja, moin. Also minus Münzen geht nicht, aber... Es ist so durch. Oh, was? Hä? 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 Wie schaffst du es nicht vor mich zu quetschen? Ich brauche einen Soß-Alarm. Ich bin klein. Ich bin runtergefallen. Fuck. Soß-Alarm. So schlecht. Soß-Alarm. Tschüss. Verdammt. Stirb. Soß-Alarm. Nein, was ist das? Soß-Alarm. Soß-Alarm. Hä? Schubst mich halt... Junge, wieso kannst du mich runterschubsen? Du bist halt so dumm. Easy. Nein, ich hab... Junge! Soß-Alarm. Ich hatte 14 Münzen, würd ich sagen. Ich hatte halt auch voll viele. Und jetzt hab ich gar keine mehr. Wenn irgendwas getroffen wäre... Wurde... Soß-Alarm. Das ist belastend. Lohnt sich? Soß-Alarm. Du hast 2 Münzen bekommen, ich hab 14. Das solltest du dir. Jetzt bin mir einfach runtergefallen. Und Marceurko meint dir, der offene Rest, obwohl ich nach links gedrückt hab. Was ist das? So soundreal. Obwohl ich 30 Münzen ausgegeben hab, find ich. Hab ich... Drei Runden übrig. Cool, ich hab' nicht mal so lange. Ich werd' dich töten. Hey, wir werden halt nicht mal mehr den Stern kriegen, so. Der ist auf dem ersten Platz. Es gibt im Ende übrigens auch noch Bonus-Sterne, gell? 2 oder 3. Es sagt ja, die, äh, Dings, die, die, die... Das Mädel wird gewinnen. Nein. Das ist... Ja, die wird jetzt... Die gibt dir... Der gibt dir jetzt was, gell, weil du letzter bist. Oh, danke. Klare Ansage. Kuba wird gewinnen. Ja, jetzt kriegst du noch einen. Gerne. Was ist jetzt getroffen? Wahrscheinlich verli... Nein, das ist... Alle Pechfelder zu Ultrapechfeldern. Oh mein Gott, da werd' ich nicht drauf auf die Finger drauf. Wenn du darauf landest, kriegst du wahrscheinlich dann so verliere alle Sterne. Geil. Riesenpechfelder, lüg doch nicht. Ja, Ultrapechfelder oder Riesen ist dasselbe. Ja, genau, direkt vor meiner Fresse. Haha. Also, ich benutze mal immer ganz sicher hier. Also, ich würde an der Stelle eine Eins würfeln. Also, ich geh dann mal. Hä, wie benutzt du... Da hättest du später teilen können. Ich hätt' ihn... Ich hätt' ihn... Ich hätt' ihn bloß drei Ding genommen. Ja, gut, der ist ja... Kann der Ding. Ich hab' mir so'n Glückfeld, Alter. Wenn ich darf. Wenn ich darf, da auch echt. So, du holst jetzt eine Eins und dann würfel' er auch noch eine Eins, dann landst du auf dem Ultrapechfeld. So ist ich mal eine... Eine Sechs. So ist ich weggeschubst. So ist ein Shop. Ja, aber der... Der ist jetzt nicht so gut, der Shop. Was ist das denn? Gegnerschaubwurf minus zwei. Ja, das bringt dir aber nicht so viel. Also. Kommt drauf an. Darf ich mir mehrere Sachen kaufen? Ja, nein. Kannst du nicht. Hä? Was? Wieso hast du dir Ding gekauft? Ja, für dich mein Freund. Ja, mit dem anderen hättest du eine Chance auf ein Ding zu kommen. Yay! Du verlierst minus sechs. Hast dir... Hast drei ausgegeben dafür, dass du jemanden eine auswischen kannst, was dir nichts bringt, weil du bist der Erste. Du bist der, der am nächsten am Stern dran ist. Hättest du den plus fünf, den geholt, dann wärst du safe in der übernächsten Runde, spätestens am Stern. In der zehnten. Ja, moin. So, Daisy holt sich jetzt den Stern, Alter. Was glaubst du denn? Oh, nee. Sie kauft sich eine Röhre und hat dann in der nächsten Runde den Stern. Ja, geil. Die teleportiert ein direktes Feld. Direkt aus Feld vor dem Stern. Sehr sicherlich. Bitte, Ultrablechfeld. Bitte, bitte, bitte! Ja! Nein, so knapp! Ich will nicht wissen, was da passiert. Wahrscheinlich verliert es ihnen dann beide Sterne. Das wär so cool. Wir werden es gleich sehen, hoffentlich, ne? Ich kann auch... Wir werden es gleich sehen. Genau da mit Würfel mal. Ganz, ganz glücklich. Fuck! Hä? Hä? Nee, ich will nicht Item. Halt, hast du gedrückt. Hey, du hast... Oh, yeah! Okay, mach, mach. Mega. Nein, wenig Item. Ja. Komm, Würfel. Ich nehm's immer den her. Hättest du ne Null bekommen, das wär halt so cool. So, so. Was bringen eigentlich diese Glücksfelder? Achso, du kannst ja auch ne... Nein, kann er nicht, oder? Ja, doch, kann er. Aber dann kann er halt... Der hat die nur 10 kostet. Jo! Ja, aber warte. Jo! Du kannst halt da nicht mehr nichts machen, weil du hast halt... Okay, Moment, ne? Es ist blöd, wenn du dir was kaufst, kannst du keine Scherner holen, also... Wer sagt denn, das ist nicht der nächste Runde, ne? Natürlich kann es sein, das ist nämlich zu viel. Ja, kann sein. Aber dann gab es das, ne? Ach, da wollen wir echt gehen! Hm, das ist belastend. Aber eigentlich ist... Ach... Ihr wollt nur, dass ich das niss. Mach ich's, mach das jetzt. Ja, mach das! Weil beim nächsten Minispiele mach das überhaupt was, hol ich mir München. Ja, mach, Alter, mach! So, jetzt kann man deine Bemühungen richtig in den Sand scheißen, indem wir da einfach München holen. Ach, aber du musst es jetzt ja noch nicht verwenden. Ich kann es ja erst verwenden, wenn es verwenden will. Ach, echt? Oh! Und jetzt hol ich mir das verbunden. Ja, natürlich! Endlich kommt das Glück zurück. So viel Soßigkeit. Hallo? Die ist doch großartig. Das Glück kommt zurück, was war Luigi. Das ist jetzt sein erster Verbindeter. Er ist so hässlich, Alter. Er ist so hässlich. Oh Leute, ihr wisst schon, dass man das Bonus-Sterne gibt, gell? So gerissen ist niemand. Ja, minus drei. So gerissen ist niemand minus drei, Alter. Sie wetten auf den richtigen Mann mit minus drei. Instant... Ja, den Würfel... Brauchen wir euch erstmal ne Instant-Suppe? Soll ich mir den holen? Ah, ich hab keinen Bock auf dich. Ich hab immer noch kein Item! Ja, besser. Besser ist das. Besser ist das. Mit dir. Ich hab... Ich hab ja zwei... Hey, mir kann eigentlich nichts passieren, wenn ich den Bowser-Würfel... Den, äh... Bowser-Würfel hernehme. Doch, ich kann Münze verlieren. Doch, komm. Benutzt benutzt. Ja, ich kann nicht auf Pechvertrauen. Ich hab zwei Partner. Echt? Ja, mach. Ja, mach dann. Ja, mach dann. Ja, ich riskiere es halt. Ja, riskiere es. Also ich sollte zwei Partner haben, aber wenn ich jetzt keine zwei Partner... Oh, ich hab... Hä? Wieso krieg ich immer... Also irgendwie bei Würfeln hab ich echt Glück. Hey, Robin, da ist nicht nur ein Ultra-Pech-Feld, ne? Das haben wir schon klar gemacht hier, ne? Warte, was kaufst du dir Tolles? Oh, mein Gott! Ja, denn... Weißt du, es ist so geil, wenn... Wieso hast du mir eigentlich keinen Minus-Zwei gegeben? Ach, egal. Man muss können. Viel Spaß bei dir. Es ist so ein Betrug. Betrug groß. Ich weiß, was ich probier. Ich probier's. Das Feld kenn ich nämlich noch gar nicht. Warte. Hallo? Ja? Ey, es gibt dieses Schatzrundfeld. Das kenn ich noch gar nicht. Möcht' mal ausprobieren. Guck mal dahin. Ja, da werde ich jetzt... Land ich jetzt drauf. Ah. Okay, mach mal. Ah, Paracuba-Taxi. Yeah! Sie Münzen! Nicht zahlen, danke. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei ihrem schwulen Abholz. Abholz. Alles klar. Oh, bitte. Werden wir in einem? In einem ist Pech drin. Ja. Ich glaub, mit zwei ist Pech drin. Die Mitte ist nie gut. Warte doch. Warte doch. In einem wär ein Stern drin. Safe. Ach, Leute. Jetzt, wenn jemand von euch drauf landet, kriegt er auch noch was. So, jetzt bin ich gespannt. Hä? Du wirst sterben, oder? Schon wieder? Nein. Ich werde dich einfach töten. Fragezeichen. Werde schon wieder auf die Liste. Hier, Ali darfst schlagen, oder? Bin ich jetzt... Hä? Du bist in der Mitte und darfst schlagen. Und wir können dasselbe von außen machen. Hä? Wie gehen die an? Ah. Du musst gegenschlagen. Oh ne, wir haben verloren, wenn wir David haben. Der rafft es nicht. Nein! Ich mach dir an und Daisy mach dir aus. Nein! Du kannst dich nicht ausmachen. Du bist irgendwie dumm. Ja. Guck mal. Da, du bist so blöd. Ich lag doch dagegen. David, es gibt diese Dinge. Du musst da drauf klicken. Okay? Erst in der Mitte kann dann jedes draufschlagen. Einer, David. David. Was machst du denn? Einer stellt sich unten hin. Zum Beispiel jetzt halt ich. Einer stellt sich links, einer rechts. Okay? Erklär's ihm doch nicht. Das ist doch viel Zeit. Damit wir dann auf jedes draufschlagen können. Daisy ist so dumm und läuft einfach zu jedem hin. Ja, aber... Du musst die draufschlagen. Weißt du, wie du auf die draufschlägst? Ja! Aber... Du brauchst die immer ausschlagen, wenn ich draufschläge... Man kann die nicht ausschlagen! Schau mal! So! Ausgeschlagen! So! Ausgeschlagen! Ja, man muss die ausschlagen! Du musst die ausschlagen! Ja, und die gehen dann von automatisch geht Neues an. David, du darfst nicht einfach gegen das eine geschlagen. Ich weiß. Die müssen alle ausgehen. Drück bitte auf bereit. Ich weiß, wie's geht. So. Nein, weilst du nicht, weil du nicht auf bereit drückst. So. So. So, dann verteilen wir uns. Okay? Nee, weil er hat den Vorteil, dass seine Mitte ist und kann... Er ist in der Mitte nicht von viel. Du bleibst rechts. Rechts, rechts, Mitte. Das mach ich. So, das darf Daisy machen da hinten. Ja, Daisy ist so dumm. Wieso schlecht sie so langsam zu? Wieso schlecht Daisy? Wieso schlecht Daisy? Wieso ist das immer bei Daisy? Hallo, Daisy? Was mach ich denn, Alter? Was ist das denn? Das kommt halt nie bei mir hin. Ja, Daisy, mach doch mal. Schlag! Du musst auch bissl laufen dann. Das weiß ich. Hat nun die nach rechts gemacht. Ja, natürlich ist es da. Ich kann sie schlagen. Daisy ist so langsam. Schlag, 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 schlag. So-so-sig. 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 Und Ende. Aber wir haben mit vier gewonnen. Was ist das, Alter? Ich kann die nicht schlagen. Du musst ja ganz nah dran. Warte, schickle, 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 dann kriegen wir einen Bonus. Warte, fertig. Es war einfach unmöglich, die mittleren Felder zu treffen. Es war einfach unmöglich. Du musst halt irgendwie ganz nah hin oder so. Das ist einfach richtig lächerlich. Okay. Wir können alle plus 10, du kriegst plus 2. Gut, vielleicht war ich jetzt bissl fies zu dir. Ach. Moment, ich kann in der nächsten Runde. Ach, keine Ahnung. So, zwei Runden noch. Dann wird der Part hier zwar länger als die anderen, aber das ist halt so, als für die letzten zwei Runden, um einen Part anzufangen. Andererseits, ich kommt ja noch Siegerehrung und so weiter. Dementsprechend, die letzten beiden Runden kommen im nächsten Part. Ähm, ja. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao!